Ich hatte doch noch irgendwo Schreibzeug. Ich hab schon mal Kugelschreiben gefunden. E und Polen und Zettel. Das hier? Ja, das kann man benutzen. Ähm... Vor... Level 20... Äh... Schatz. Ähm... Und jetzt muss ich mal gucken. Oh, guck mal hier, wir sind jetzt schon beim Boss. Ähm... Level... 24... Äh... Secret. So. Damit ich Bescheid weiß. Vielleicht nehm ich dann nochmal irgendwann auf. Zum Beispiel am Wochenende. Wenn ich die ganze Zeit draußen da drum gefahre, ist... viel. So. Ist ja hier alles noch... Very easy. Ja, komm ich nicht hin. Doch, komm ich wohl. Jetzt will ich aber wissen, was hier ist. Nichts, natürlich. Na gut, ein Herz. Aber es ist halt nicht so geil. Ja, ich bin faul. Wie gesagt, es war halt eigentlich total easy. Deswegen hätte ich jetzt gar nicht zwischenspeichern müssen. Ich bin halt zu faul zum Laufen. Huch, das war knapp. Mir stört das so ein bisschen, dass der da so ein bisschen hakt irgendwie auf den runterfallenden Dingern. Wow. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass man davon noch mal abspringen kann, aber na gut. Oh, Feuerbahn-Boss ist glaube ich... Ne, nicht der. Ah, die muss ich in die Hand nehmen, ne? Nicht kaputt machen das. Wie muss ich die denn annehmen? Nicht kaputt machen das. Ach, das war's schon. Hidi? Nicht mal so hin und her. Äh, ich hatte doch... Das war jetzt unfair. Weil sie das hört, das Huhn von unseren Nachbarn geht wieder ab. Ja, es hört... Das... Also, da ist ein Ausschlag. Ähm... Ne, das verzocken wir nicht. Okay... Oh, haste aus, ey. Es ist Teacup. Ähm... Machen wir hier ein Level? Gucken, wie das so ist. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier ein Schlüsselchen finde und checken kann, ob es da wirklich nur so wenig Kram gab, ey. Nein! Ein dummes Vieh. Ich mag das, dass es hier so komplett schwarz ist. So, jetzt aber. Eins, zwei, drei. Dich, dich. Mir gefallen auch hier diese fleischfressenden Pflanzen ganz gut. Muss das sein? Ich wollte den eigentlich da reinschmeißen, dann ist er halt da reingerannt. Was ist denn hier kaputt mit der Kollisionsgedöns? Oh, sein. Aha. Aha. Hä? Was machen wir denn hier? Fögen. Kommt das jetzt immer? Nee. Nur einmal. Okay. Ha! Da muss ja hier irgendwo sein, der Schlüssel. Wahrscheinlich da oben. Hä? Doch nicht? Haha, nein. Was ist das? Ah, ne, das ist das mit dem Wasser, ne? Uhhh. Jau. Der Schlüssel ist 100 pro irgendwo hier. Ja, wie hoch denn noch, ey? Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Oh, jetzt kommt so ein behinderter Rasenmäher-Ding hier. Ne, doch nicht. Aber das ist sehr schön. Kriegen wir das überhaupt auf? Ja. Ein Messerchen. So. Ha! 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 Aber das ist gut. Das heißt nämlich, dass in dem Secret Exit da bestimmt noch eins ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder halt irgendwo auf der Map. Aber das ist jetzt so, was ich mir am meisten irgendwie vorstellen kann. Okay. Dann haben wir hier fertig. Also, vorerst. Fliege... Ja, gut. Guck mal, ein Krokodil. Ah, okay. Ich kann hier schwimmen. Ich dachte, das wäre dann direkt tot. Das ist Strömung nach unten, so wie es aussieht. Ja. Und die Dinger gibt's auch bei Super Mario Land 2. Obwohl ich noch nicht so ganz verstanden hab, wie die funktionieren, was die machen. Oder ob die einfach nur da sind und einen verwirren sollen. Keine Ahnung. Ah, ne. Okay. Dann suche ich jetzt mal bei Level 24. The Secret Exit. Da hab ich nämlich jetzt grad irgendwie Lust drauf. Na komm, geh da rüber. Aber es ist, glaub ich, noch... Da gibt's nicht nur ein Secret Exit, so wie das aussieht. Also, es gibt schon nur einen. Ach, wenn ich das hier sehe, ne. Ein Secret Exit, aber danach dann halt noch ein Level. Schätze ich mal. Also, es sieht sehr danach irgendwie aus. Und dann muss ich dann am Ende... Was ja, denke ich, mal funktionieren... Fuck. Funktionieren sollte... Ähm... Ich schätze mal, ich muss da bei dieses Trampolin-Ding runter. Gehen wir erstmal hier hoch. Und holen uns hier das bisschen noch. Was war hier? Ein Herzchen. Das nehmen wir auch noch mit. Ich bleib jetzt erstmal bei dem... meinem jetzigen Upgrade, wenn man das so nennen darf. Oh, das ist da oben. Ich hoffe, ich behalte das Ding bis zum Ende. Oh, Mann ey, jetzt hat der A-Knopf grad wieder nicht so richtig funktioniert, weil ich wollte eigentlich springen. Das was ich machen wollte, hat nicht funktioniert. Also es hätte funktioniert, wenn ich früher gezündet hätte. Ich glaube, ich muss irgendwann nochmal den Endboss da besiegen. Wenn es denn geht. Und wenn er dann was hergibt. Oh, das gibt jetzt hier voll die kracke Kackarbeit, ey. Ich habe ein fürchterliches. Ach, Kack, ey. Jetzt kleidet auch noch irgendein Heini bei uns an der Tür. Wer ist das denn? Das ist nicht meine Mutter. Ich gehe da jetzt auch nicht hin. Mein Vater ist auf dem Dachboden. Er kann das machen. Ich bin ja im Aufnehmen. Er rennt auch schon die Treppe runter. Ich habe heute eigentlich nicht mehr so viel vor. Und zwar wollte ich eigentlich nur noch gleich duschen oder baden gehen. Ich glaube, es wird aber eher baden. Ähm. Jo. Und noch aufräumen. Das ist sehr wichtig. Weil mir liegen wieder Pappkartons hier rum, weil ich habe wieder Großbestellungen gemacht. Ach ja, das geht ja nicht. Ach, fuck. Auf die Spitze des kleinen Drolldings. Und dann im richtigen Moment nur noch Quadrat beziehungsweise B drücken. Und dann läuft das. Sollte. Hoffentlich. Gehen wir mal hier oben lang. Ein München sammeln. So. Direkt immer auf die Spitze, weil ich habe immer noch nicht gep... gepeilt, welcher hier jetzt welcher Wagen ist. Ob das hier oben jetzt der letzte ist? Mann, ich drücke immer zu spät. Wie viel Leben habe ich denn noch? Zehn oder was? Dreizehn. Na gut. Ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwie damit getan wäre, wenn ich einfach X drücke. Also, was ist das? Ah.